Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge Supremacy 1914. Wir befinden uns kurz vor Ende des 11. Tages, das heißt in weniger als, doch in genau 3 Stunden, kann man endlich seine Fabriken auf Level 3 hochleveln und erhält dann in kürzer Zugriff auf die schweren Panzer und anderes schweres Gerät wie das Schlachtschiff. Auf der einen Seite liefen die letzten 24 Stunden richtig gut und auf der einen Seite liefen die letzten 24 Stunden richtig bescheiden. Wahrscheinlich wurde ich ein bisschen dafür bestraft, dass ich die Ukraine und Kuban geschluckt habe. Mehr dazu dann jetzt gleich im Video, aber wir sind immer noch auf einem richtig guten Weg. Siegpunktetechnisch halten wir uns auf Platz 1 im Individualranking mit 131 Siegpunkten, dicht gefolgt von Britisch Bengal, unserem inoffiziellen Bündnispartner, nenne ich es jetzt mal. Und dann kommen schon die Afrikaner, bei denen ich mir immer noch nicht so sicher bin, was da momentan eigentlich abläuft, aber dazu dann auch im Laufe des Videos mehr. Springen wir erst mal rein. Rein schlachtführungstechnisch, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo man das alles ausblenden konnte. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt, war das hier? Zack, genau, das habe ich gesucht gehabt. Rein von unserem Erfellzug, wie man hier an der grünen Fläche sieht, waren die letzten 24 Stunden richtig erfolgreich. Wir haben fast ganz Kuban geschluckt, wir haben die Ukraine hier fast gänzlich geschluckt. Hier hinten gibt es noch ein paar Gebiete, die holt sich jetzt Italien und schnappt sich die. Und wir konnten hier wirklich alles einnehmen, ohne große Verluste, bis heute Nacht um 1 Uhr oder sowas. Dann ging die ganze Welt den Bach runter. Wie man gestern gesehen hat, stand hier unten, hier unten standen zwei große Armeen. Einmal die Ukraine und einmal Kuban, die dann bei dem Laufe des Tages gen Norden marschiert sind. Die Ukraine habe ich ungefähr hier abgefangen und relativ verlustfrei aufreiben können, die Armee. War jetzt also nicht so das große Problem. Konnte mich dann zurückziehen in den Bereich, wo ich meine Festungen hatte hier und habe meine 100 noch was Einheiten hier geparkt gehabt. Dann ist Kuban, anscheinend war er nicht gänzlich inaktiv. Das hätte mir zu denken geben sollen in dem Situation dann auch. Ist hier gegen rechts abgebogen und hat Kurs auf Tiflis genommen. Und ich habe meine Armee losgeschickt. Also er ist hier lang gelaufen und er hier. Er hatte irgendwie eine Ankunftszeit von 1 Stunde 30 und ich hatte mit Eilmarsch eine Ankunftszeit von 1 Stunde 27 oder sowas. Also ich wäre knapp vor ihm angekommen. Habe mich also relativ sicher gefühlt, weil ich hier auch eine Festung drin hatte, dass ich vor ihm ankomme. Hier war auch nur eine einzige Infanterie drin stationiert. Also nichts, was ihn hätte aufhalten können, bis ich ankomme. Und dann bin ich schlafen gegangen mit der Überzeugung, dass ich das hinkriege. Augenscheinlich war mein Gegner nicht inaktiv und hat das Game noch nicht aufgegeben. Und er hat den Trick genutzt, den wahrscheinlich die allermeisten von euch kennen. Falls ihr den nicht kennt, dann mal kurz aufpassen. Wenn ihr beispielsweise mit der Einheit das Gebiet hier angreift und ihr seht ja, wie lange ich brauche, bis ich da bin. Das steht jetzt hier unten rechts, da steht jetzt 1 Stunde 11 Minuten. Wenn ihr in einem Radius von 15 Minuten seid, also wenn ihr nur noch 15 Minuten normale Laufzeit von diesem Button hier entfernt seid, dann könnt ihr mit dem Angriffsbefehl direkt in das Ziel reinspringen. Also ihr überspringt quasi die letzten 15 oder 20 Minuten, die ihr dort hinlaufen müsstet. Und das hat er augenscheinlich gemacht, dadurch, dass ich nur einen Vorsprung von 3 Minuten hatte, bis er quasi den letzten Meter reingesprungen hat, die Infanterie, die da drin war, getötet, hat sich mit seinen Einheiten in die Festung gestellt. War zwar nur eine Level-1-Festung, aber der große Vorteil meines Stacks, der hier hingelaufen ist, war die Defensive. Ich hatte gestern hier ungefähr 120 im Angriff oder sowas und 200 Parts erquetscht in der Verteidigung. Und bei ihm war es ähnlich aufgestellt. Er war im Angriff jetzt auch nicht so stark, aber in der Verteidigung besser. Und dadurch, dass er es jetzt geschafft hat, da reinzuspringen, mit der besseren Verteidigung, verliere ich hier gerade massig. Jetzt habe ich hier schon 59 Einheiten verloren, was wirklich super ärgerlich ist. Vier Panzer wegen schon, 55 Infanterie. An für sich wäre das ein Kampf gewesen, den ich easy gewonnen hätte, wenn ich vor ihm da reingegangen wäre. Aber ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, dass er vielleicht reinspringt. Und das reibt mich jetzt hier gerade so ein bisschen auf. Den einzigen Vorteil, den ich habe, ist, dass Algerien nicht in der Lage ist, nachzusetzen, weil hier auch schon viele Einheiten von mir wieder runterkommen. Und dass ich mit Ägypten einen indirekten Waffenstillstand habe und Ergen unten geht, gegen Süden geht. Das heißt, ich bin momentan hier nicht wirklich in Gefahr, was eine Invasion angeht. Aber es wirft mich dennoch einheitentechnisch zurück. Gestern war ich bei 250 und jetzt bin ich nur noch bei 205. Hab doch ein bisschen was über Nacht gelassen. Wird man bestimmt auch gleich in 2 Stunden 8,50 beim Ranking merken. Ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Ansonsten haben wir hier natürlich alle Hauptstädte eingenommen. Alles irgendwie gesichert. Moraltechnisch sieht jetzt momentan bei uns nicht so rosig aus mit Wo ist meine durchschnittliche Ländermoral? Müsstet ihr hier nicht irgendwo stehen? Bin ich blind? Hä? Steht ihr hier nicht sonst immer irgendwo? Ach hier, 80. Oh, es geht hier sogar noch mit 80%. Ich dachte, das wäre schlechter. Da haben wir hier alles eingenommen. Ich bin jetzt gerade dabei, hier so die letzten und hier die letzten Dinge einzunehmen. Den Rest hier lassen wir alles Italien, damit er hier auch noch ein bisschen wachsen kann. Und dann geht es an die Vorbereitung. Den Krieg aller Wahrscheinlichkeit nach wieder gen Süden zu tragen. Ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert. Wir müssen mal gucken, wie sich am Ende des Tages jetzt Ägypten positionieren wird. Ich kann mir ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, dass er sich auf unsere Seite schlägt. Das wäre eigentlich wie Selbstmord für ihn, da ja ein Großteil seiner Ländereien hier sind und die das wahrscheinlich einfach schlucken würden. Und er lediglich hier irgendwie so ein halbwegs sicheres, sicheres Pflaster hat. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das mit Bengal läuft. Sorry, meine Tür klackert hier gerade, weil mein Fenster offen ist und ein bisschen durchzukam. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ein riesengroßes Land. Das ist eine riesengroße Fläche. Ressourcentechnisch weiß ich nicht, was er hat. Aber ich glaube, er baut tatsächlich gerade nur eine einzige Fabrik auf Level 2 aus. Anni hier auch. Okay, hier baut er wenigstens mal eine Artillerie. Ja, also auf jeden Fall schwere Waffen technisch noch sehr dünn aufgestellt. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind jetzt an Tag 11. Tag 8 kann man die Fabriken bauen. Die erste Fabrik ist dann an Tag 9,5 fertig oder sowas. Und dann kann man eine Artillerie bauen, die braucht drei Tage. Das heißt, wenn er nicht geboostet hat, ist das sogar das realistische Ergebnis. Und wir haben jetzt inzwischen, dadurch, dass ich durchs Werbung gucken hier die Fabriken immer so ein bisschen weiter pushen konnte. Und ich mal fleißig, fleißig, fleißig Werbung schaue und meine täglichen Booster hier reinjage, haben wir, glaube ich, jetzt insgesamt schon fünf Artis auf dem Schlachtfeld. Ja, genau. Fünf Artillerien auf dem Schlachtfeld, die jetzt alle in naher Zukunft hier unten ankommen. Hier stehen schon zwei, hier kommt eine, da kommt noch eine an und da kommt noch eine. Und hier ist eine morgen fertig, hier ist morgen ein Schlachtschiff fertig, hier ist morgen oder so noch eine fertig, hier kommt gleich noch eine raus, dann kommt hier noch eine raus, dann haben wir hier ein ganzes Gebiet eingenommen. Hier ist eine Artillerie fertig, okay, aktuell in sieben Tagen wegen der Moral. Hier kommt ein Panzerwagen raus, hier kommt noch ein Kreuzer raus, hier kommt noch ein Panzerwagen raus und hier kommt auch noch eine Artillerie in drei Tagen raus. Also wir haben hier tatsächlich auch ein bisschen was einheimsen können, sodass wir da ein bisschen einen Boost bekommen. Und wo ich wahrscheinlich so in den nächsten zwei, drei Tagen hier geschmeidige zehn Artilleries mindestens haben werde, die hier den Gegnern ordentlich was vor und laszknallen. Und dann dürften wir hier richtig gut aufgestellt sein und könnten Algerien wahrscheinlich zurückdrängen. Wenn wir uns das Ganze hier mal provinzentechnisch angucken, sind wir jetzt inzwischen bei 73. Auch schon ein ordentlicher Vorsprung ist mit 13 Provinzen. Erst recht, wenn man guckt, dass die Nächsten, die uns gefährlich werden könnten, Westafrika, kämpft ja gerade gegen Südafrika. Da gehen wir gleich noch kurz drauf ein. Dann haben wir hier Algerien mit 33 Provinzen, der direkt an unserer Grenze ist und Ägypten mit 31. Zusammen haben die beiden 110 Siegpunkte. Der Nachteil, den ich natürlich habe, ist, dass ich vieles von hier oben runterziehen muss. Aber die müssen hier auch übers Wasser. Also auch das zieht sich mittlerweile so ein bisschen auseinander. Und ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Und für mich ist jetzt die große Frage, wie sich das an dieser Grenze jetzt hier weiterentwickelt mit den Afrikanern. Ich habe gestern Algerien geschrieben, dass ich mich mit einem Waffenstillstand anfreunden könnte, wenn die sich darauf einlassen, dass sie von hier aus nicht weitergehen Norden wollen. Er hat bisher nicht geantwortet. Wenn ich bis heute Abend keine Antwort kriege, werte ich das als Nein. Und dann werde ich auch wieder aggressiver hier auf der Halbinsel vorgehen. Die große Frage ist, wie sich das dann mit Ägypten natürlich verhält am Ende des Tages. Er ist in der Koalition. Und ich sehe ihn, dass Dinge jetzt auch nicht wirklich in naher Zukunft verraten, wenn ich ehrlich bin. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das dann ausgeht. Ich versuche momentan irgendwie Ressourcen zu sparen, wie es geht. Holz habe ich, Öl auch an der Stahlfront. Streikt es ein bisschen mit 1400 pro Stunde. Vielleicht muss ich da gleich versuchen, ein bisschen was zu kaufen. Das ist bestimmt super teuer. Ich könnte nur zwei Tage. Super. Okay, also können wir nicht alle Fabriken direkt in Auftrag geben. Aber ich habe mir zum Glück den Premium Account gegönnt für einen Monat, sodass ich hier einfach die Sachen in die Warteschleife hängen konnte. Da sieht man auch, startet in zwei Stunden, startet in vier Stunden, startet in fünf Stunden. Ja, okay, die starten auf jeden Fall alle noch im Laufe des heutigen Tages. Das ist also gar nicht schlecht. Und das ist mir auch das Wichtigste, dass ich dann möglichst zeitnah vielleicht auch die ersten Schlachtschiffe oder auch den ein oder anderen schweren Panzer mit in meinen Mix hier reinwerfen kann, damit wir unsere militärische Überlegenheit auch ein bisschen auf die Karte bringen. Sollte sich wie erwartend hier kein Waffenstillstand raushandeln kann, werde ich gegen beide vorgehen müssen. Mit oder ohne Bengal. Ich hoffe, dass er mitzieht. Er positioniert sich hier gerade so ein bisschen im Osten. Was ich ganz interessant finde, weil er dann natürlich dann auf den letzten verbliehenden Muslimliga-Spieler trifft. Und hier rechts auch ansonsten die aktive Asien-Koalition ist, die vom Ranking her jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt ist mit 265 Siegpunkten. Wenn man sich mal anguckt, wie das Ranking ist. Die Besten haben 327 und Bengal und ich hätten zusammen, lass mal kurz schauen, 200, 240 haben wir zusammen. Also Bengal und ich wären schon gleich auf mit dem Platz 2. Also rein von den Siegpunkten her. Das sagt natürlich nicht alles aus. Und dann haben wir natürlich auch noch Italien in der Hinterhand. Bei Polen weiß ich jetzt am Ende des Tages gar nicht mehr, ob der überhaupt noch richtig spielt. Hier passiert wirklich sehr, 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 sehr wenig. Ich habe aber eigentlich keine Lust, sein Gebiet einzunehmen. Dadurch, dass wir ganz gut zusammengearbeitet haben. Die Ukraine scheint hier alles irgendwie aufs Wasser zu ziehen. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob das ein Trick ist oder ob er die einfach ins Wasser zieht, damit wir seine Gebiete einnehmen können. Bin ich wirklich mal gespannt und muss ein bisschen Auge darauf haben, nicht, dass er irgendwie hier kommt und es schafft, mir Helsinki abzuluchsen. Das wäre dann am Ende des Tages wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Ich ziehe mal kurz hier die paar Leute in die Hauptstadt rein, damit ich das notfalls verhindern kann. Das ist mir nämlich jetzt gerade aufgefallen. Gut, aber jetzt sind wir schon bei zwölf Minuten. Springen wir mal kurz hier runter. Südafrika. Was geht hier ab? Ich verstehe es nicht. Südafrika hat tatsächlich heute Nacht seine Hauptstadt verloren oder gestern gegen Westafrika. Hat auch heute Nacht mal geantwortet mit, dass sich mein Angebot cool anhört mit dem Zusammenarbeiten. Aber ich weiß nicht, was hier los ist. Westafrika hat hier unten heute Morgen oder über Nacht schon wieder fünf, sechs Sachen eingenommen. Weit ab seiner Provinzen eigentlich. Also muss er ja eigentlich hier unten rumgeschippert sein und dann die Nacht benutzt haben, um hier anzulanden. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Und wenn man in die Zeitung reinschaut, wo war es hier? Hat Westafrika 66.000 verloren und Südafrika nur 19.000. Also eigentlich gewinnen die Südafrikaner und killen hier gerade alles. Aber er kommt irgendwie nicht zurecht. Und wenn man sich das hier mal anschaut, der hat brachiale Moralprobleme quer durch das ganze Land, egal wo man ist. Also muss er ein unfassbar großes Ressourcen-Devizite haben, abgesehen davon, dass er keine Hauptstadt momentan hat, was ihn jetzt in wenigen Stunden noch weiter sonst wohin reißen wird. Und wer weiß, ob er hiervon nicht super viel gleich verliert beim nächsten Tageswechsel. Echt, echt wirklich irre. Ich finde es unfassbar, wie die ganzen starken Player hier, erst der Kongo und jetzt Südafrika, die einfach weggeboostet werden. Obwohl die, jetzt mal rein vom Standing, ich weiß Westafrika ist der stärkste Player hier, aber 51 gegen 51 Provinzen ungefähr. Da kann man ja auch so ein bisschen die militärische Stärke mit ablesen, wenn die gleich stark sind. Finde ich das schon ein bisschen verwirrend, muss ich wirklich sagen. Und der letzte Player, der mich jetzt so ein bisschen auch noch verwirrt, bei dem ich nicht wirklich weiß, was hier eigentlich los ist, ist Nigeria. Der, relativ inaktiv auf mich wirklich sehe, auch nirgendwo Truppen von ihm hier irgendwie rumlaufen. Ich habe schon mal geguckt, nichts ist los hier. Deswegen bin ich gespannt, was der Player hier aktuell noch vorhat und wo er vielleicht am Ende des Tages hin will. Argentinien ist hier drüben immer noch fleißig am Kämpfen und führt Krieg gegen die künftigen Konföderierten Staaten von Amerika hier oben. Hat sich also schon mit dem, ich glaube, größten Player auf dem nordamerikanischen Kontinenten angelegt. Und das dürfte alles in allem eine sehr interessante Sache werden. Für mich ist erstmal der Fokus, die nächsten 24 Stunden diesen Schmarrn hier endlich zu beenden. Dann, sich hier zu befestigen, machen wir hier auch schon. Gleich geht die Festung in Bau auf Level 2, glaube ich. Oder wann startet die nächste dann? Die startet in einer Stunde 50 Minuten, halt stoppen. Nee, 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 dafür gibst du mir keinen Stahl aus. Die Fabriken sind wichtiger als die Festung hier. Versuche ich mich hier zu befestigen, ich gucke mal, was jetzt Algerien sagt. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann werde ich die beiden zurückjagen ins Meer. Diesmal müsste das auch ganz gut funktionieren. Denn wir haben zwar hier einen relativ großen Stack, aber nicht so viel schweres gebrät. Also wenn ich tatsächlich in die Möglichkeit komme, hier den ein oder anderen leichten oder schweren Panzer mit an die Front zu bringen, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und durch diese vielen eroberten Provinzen hier, wo auch überall Fabriken dann glücklicherweise im Bau waren, konnten wir hier einiges einheimsen, was dazu beiträgt, dass wir hier ein bisschen mehr Druck machen können, weil wir die Produktion direkt hier unten haben. Genau. Und das war es jetzt auch mit 15 Minuten 28. Also eine Nacht voller sinnloser Verluste und Fortschritte. Und ich bin gespannt, wie es morgen für uns aussieht. Bis dahin. Ja.